hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folie von gta5 mal weiter und zwar machen wir jetzt mal eine reise in die vergangenheit sozusagen von michael und zwar müssen wir jetzt gucken wer an michael's grab liegt weil trevor auch auf dem weg dorthin ist ja das ist wirklich die frage wer liegt in michael's grab die frage beschäftigt trevor deshalb ist er auch auf dem weg dorthin und die frage beschäftigt mich auch ehrlich gesagt was ich auch zu gern wissen ich habe eine vermutung dass dieser brett da in diesem grab liegt weil ich glaube trevor geht nur davon aus dass er im knast ist oder also dass ich jetzt komplett falsch liege aber kann es sein dass ich recht habe wer weiß wenn die wahl ist ja gleich raus uuuhh trevor schaufelt schon hey you're wasting your time is that why you flew out here huh tell me i'm wasting my time go ahead dig it up i don't give a shit yeah that's what you look like the guy who doesn't give a shit that's ridiculous how are you gonna keep lying for mikey huh when's it gonna stop what happens in the dark comes out in the light i'll give it a rest trevor there's nothing there this is it moment of truth ich wusste es jetzt doch echt look we do what we got to do to survive this thing it didn't work out the way it was supposed to oh how was that huh with brad in the cannon me in the ground or order or or both of us in the coffin brad got shot you saw it he didn't make it i got shot i did that's that's it i think the only thing that didn't go as planned was me showing up on your doorstep ten years later mikey yeah i mourned you and i missed you i got a fucking family trevor we were all gonna die he did die you reptilian motherfucker i didn't want it to come to this yes you did you just don't have the fucking balls to do it but i do i got more to losing you never a truer word has been spoken brother now pull the fucking trigger pull the fucking trigger you ain't got the guts take the fucking shot what's what's what that's a good question you okay oh god i'm just kind of wrong am Platz. Ach, das ist eine Lötzmann-Föhrer. Da war Philipps irgendwas. Ich muss diese Mg aufpassen. Gut so. Das Mg ist schon mal weg. Ah, komm hier ein neues. Ich komm ein neues. Ja, jetzt können Sie sein, wir sind 12 Phillips Incorporation. Wo ist er, wo ist er? Ja, komm mal ein bisschen zu mir. Oh, runter, runter, runter. Sauber, der ist schon mal weg. Ich und Trevor, wir sind nicht mehr Freunde. Wir brauchen eine andere Waffe. Ah, wir kommen jetzt bloß hier wieder weg. Ich komm hier hin. was You're way off Hey, you got the wrong guy Komm, wieder ein bisschen zu mir. Na, das ist echt anders. Das ist echt ganz anders. Ich brauche noch eine Waffe. Das ist glaube ich nur noch einer, ne? Alter, der muss zu mir kommen. Kann ich seine Waffe nehmen? Wo war denn der hin? Alter. Munition, Mama. Ein bisschen Kohle nebenbei. Sehr gut. Okay, ich habe wieder neue Waffen. Perfekt. Oh, oh, oh. Ach du Scheiße, warte, warte, warte. Oh, oh, oh. Ich habe schon gedacht, warum habe ich jetzt noch eine Waffe? Hinter mir, links von mir? Nein, links von mir. Du bist aus deinem Element. Gunt, ruhig, 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 ruhig. Weg mit dir. Ah, abhauen ich schade. Was? Fick dich selber. Echt noch mehr von ihnen? Ach du Scheiße, ey. Warte, warte, wir bist weg. Aber einer Seite, warte. Ja, ja, warte, hier rum, hier rum, hier rum, hier rum. Hey, wie viel hat denn Schöner Philips Corporation Mitarbeiter? Warte, 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 warte. Wir kommen wieder bei seiner Rechtskundin. Rechtskundin. Ja. Hey, du hast den falschen Mann. Ich verstehe dich, ich sehe ihn jetzt wieder nicht. Das ist irgendwo dahinter, warte mal. Einfach mal hier lang. Ja, sehe ich auch so. Boah, da arbeiten die gar nicht viel Philips. Ich glaube, die arbeiten dafür. Ich bin mir nicht zu, Alter, ist hier nur mehr? Ach komm, Leute, im Ernst. Hier in Deckung. Es können eigentlich nur 12 Philips Corporation Mitarbeiter sein. Oh, sorry. Ich habe die Warn kaputt gemacht. Ich habe die Warn kaputt gemacht. Ich habe die Warn kaputt gemacht. Das ist alles kaputt gemacht. Wir ziehen voran. Ja, nehm ich auch, also. Das ist noch ein Wagen. Aber ich muss unbedingt den blauen nehmen, ne? Wow, da kommt wieder was, da kommt was, da kommt was, da kommt was, da kommt was, das ist jetzt kommt. Da kommt was. Warte mal. Das ist vielleicht meine Opportunity jetzt. Das vielleicht jetzt meine Möglichkeit. So. Nein, nein. er hat keine chance aber was soll ich machen wer sind diese leute flieg zurück zum flugplatz von shen die schoasen die schwarze so ein kleiner pizzer was hast du wieder gemacht trevor phillips industrie's mr. phillips es ist wei chang du kennst meinen älteren zentralen ja, der x-knut zurück zu einem kontrakt, den wir aufsagritten haben wie ist er? noch lehrt die röper, danke meine Freunde freuen uns in Nord-Yankton ich hoffe, wir können sprechen ha 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 war das deine Leute? ah, natürlich sorry, ich habe zu verabschieden deine Operation hat mir ein Problem ich möchte in Blaine County aber dein Geschäft und dein Temperament prevent mich von machen inroads ah, das ist zu schlecht ich weiß nicht was du kannst über das ich habe schon etwas gemacht wir haben deine Lieber whoa, 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 whoa mein Lieber? michael de santa du live in your trailer together mit dem mei Und dann warst du in diesem großen Haus. Du bist sicher sehr nahe. Du wißt du, wie viel du geben kannst du für seine Sicherheit? Mein Lieber! Ja, richtig! Das ist ein schweres Geheimnis. Ich will niemals ein Freund und ihn in Gefahr, aber du musst tun, was du musst tun. Mein Geschäft ist nicht zu gehen. Ich bin ernsthaft. Er wird sterben. Tell them, I love them dearly. Trevor, ernsthaft jetzt. Es wird wohl einer sollen sterben, oder? Woah, 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 woah. Alter, wieso fliegst du denn da weg gegen den Felsen, oder? Da wird ja nicht alles von vorne. Okay, liebe Leute, wir machen jetzt ein Folgen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal von GTA 5.